So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Affe vs. Clure Worms Revolution. Letztes Mal hatten wir den Affe vs. Clure Modus, wo nach einiger Zeit halt alle epischen Waffen freigeschaltet waren und auch unendlich vorhanden. Diesmal aber nehmen wir das nicht. Diesmal machen wir uns jetzt hier auf der Map mit Zerstörung gegeneinander nass. Wir haben beide gar keine Ahnung, was es sein soll. Also wir wissen nicht, was Zerstörung ist. Wir werden es jetzt mit euch zusammen rausfinden. Rundenzeit beträgt 15 Minuten, die Zugzeit 45 Sekunden und ich würde sagen, damit legen wir mal los. Ich denke, wenn das jetzt wirklich so ist, dass wir nicht unendlich Waffen haben, gebe ich Clure jetzt die ordentlichste Klatsche seines Lebens. Ey, der Typ ist schon wieder gemutet, weißt du? Der checkt nix. Er checkt einfach nix. Achso, ich bin gemutet. Also ich habe nicht gesagt, mein Beton-Esel hat mich gefickt. Ja, der Beton-Esel war es wirklich, Alter, letztes Mal. Diesmal nehmen wir die Kanalisation, würde ich sagen. Wieder zwei Inseln, oder? Aber die brennen da weg. Ja, ja. Oder wie wäre es mit... Ach nee, Höhler hat auch... Ach, Höhler ist ja der Rahmen, ey. Einzelne Insel nehmen wir, glaube ich, diesmal. Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Mal sehen, was die uns sagen. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, das war's. Das man bekommt, ne? Ab in die Kanalisation! Dann haben wir ja nur zwei Basis, Alter. Die muss man sich gut aufbewahren. Ah, ich könnte mir eigentlich... Ich könnte eigentlich die ganze Zeit dir eine Basis in die Fresse haben. Dann können wir auch gleich mit Jetpacks und so rumfliegen. Richtig. Das ist alles ein bisschen, äh... schwieriger. Reduziert, glaube ich. Hallo, eine neue Waffenkiste. Ja, es ist jetzt wieder mit Waffenkisten. Wo denn? Doch da unten. Ich gucke jetzt erstmal. Ja, die Waffen sind wieder... Also es geht schon eigentlich, was wir an Waffen so dabei haben. Aber auch Runden reduziert und alles. Sieben Shotguns haben wir. Gut. Ich bin jetzt hier. Da bin ich. Was mache ich denn dann, Alter? Oh, Mann. Hm. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... Das stimmt. Einfach so ein Rad her. Oh, Mann. Bitte nicht gegen diesen komischen Apparat. Bitte nicht gegen den Apparat. Oh, mein Gott. Nein. Oh, fast noch Spiders getroffen, ey. Alter, heftig. Ey, wir haben mal 150 Leben. Tatsächlich, Alter. Warum haben wir so viel LaPé, ey? Ja, das bohnt natürlich jetzt. Oh. Das ist natürlich, äh... Toll. Das ist so eine Kiste. Ja, du kannst mich nicht wegballern. Na ja, ne... Vielleicht haben wir ja ein paar Dynamite. Ey, der war ein Alligator, ey. Hm. Aber das Dynamite könnte den anderen auch treffen, oder? Da schon wieder. Da ist er. What you doing? What you doing? Guck mal, ich freue mich. Alter, der lacht voll ab, ey. Was ist denn Telekinese? Mit Telekinese kannst du die Gegenstände bewegen. Trennen! Wo bin ich? Oh, da bin ich. Kannst du auch mal weiter fliegen. Survive! Nicht mal in den Nachhalt. 122 Damage. Aber du bist jetzt mit Dunst denn dran, oder? Oh, lo. Wie mache ich das jetzt am besten? Oh, Alter, grinst du. Mein Brite. Ey, diese Dinger sind so langweilig, Alter. Diese scheiß Turrets. Boah, ich stelle die ja auch nicht auf. Ja, weil du ne Muschi bist. Oh, ja, Leute. Ich hab den Turret aufgestellt. Ach. Ich baier halt einfach ab, und dann ist der Zug vorbei. Ja, das ist ja dann der Nachteil für dich, ey. Bleh, get rapped. Ja. Bist du mit Jimmy dran? Hahaha. Was willst du tun? Was willst du tun? Ah, ja, du. Soll ich dir sagen, was ich zu tun? Ah, ja, du. Stark, stark. Bis jetzt war er. Baisy, in your face. Ja, wir haben keinen Baseballschläger. Haben wir nicht? Das hat man nicht da. Oh, ja. Damit überlebst du, mein Freund. Eventuell. Nein. Oh, ja, aus Mini und Range, bitte. Dann müssen wir dir halt anders Beihilfe fliegen, ne? So, mein Freund. Shit. Bip, boom. Oh, oh. Oh, nein. Sharpie, verlass mich nicht. Oh, wo bin ich? Hier, keine Baisy, Alter. Man weiß nicht, anderen Bundesraten haben wir wenigstens schneidenartmäßig zwei Baisys. Ah, hier bin ich. Oh, das ist so unfair. Diese Turrets sind so dicht. Oh, Mann, nein. Es hat sich schon wieder automatisch aktiviert. Verdammter Scheiß. Der Junge, Alter. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein, Mann. Das war ja natürlich Schneeke von dir. Schneeke, Schneeke. Ein Geschenk der Götter. Ja, und jetzt fällt es runter, oder was? Ja, ist es abgetaucht. Tschüss. Ja, ich habe es nicht gesehen. Was haben wir denn jetzt alles schon frei? Oh, wir haben eine heilige Bombe. Das ist natürlich interessant. Lass mich bloß in Ruhe, du Piepdinge. Auf der anderen Seite ist es eine Mine. Okay, machen wir das so. Lass mich in Ruhe. Oh, die andere Seite. Lol, die Runde ist nicht beendet dadurch. Doch. So. Oder nein? Oh, lol. Wages dich. Möglichst wenig Schmuck. So, sehen wir mal was. What happens? Get rekt. Oh, mein Einer hat überliebt. Oh, ne, doch nicht. Wow, die Kiste ist explodiert durch das Feuer, ey. Oh, mein Gott. Das darf nicht wahr sein, ey. Siehst, du hast schon wieder als erstes die heiligen Waffen, ey. Ey, klar, du kriegst jetzt den, oder was? Ja. Klar. Was hast du bekommen? Eine Mine. Münzen. Was soll ich mit Münzen? Was hast du bekommen? Eine Mine. Willst du mich jetzt rollen? Was machst du vor? Ja, diese scheiß Bananenwixe. Ja, da gehst du erst auf Sicherheitsabstand. Wow, Alter. Oh, Mann. Oh, oh. Oh, nein. Oh, nein. Das darf nicht wahr sein. Alter, das ist denn die Wahrheit. Meine Banane, ey. Das ist nicht wahr. Jetzt bin ich mit dem wahrscheinlich dran, ne? Nein, doch nicht. Oh, Mann. Doch, bin ich wahrscheinlich. Oh, die Kiste. Blut, Abendsforcer. Ja. Ja. Mmh. Get out. Meine Maschine hat ihr Werk erfüllt. Die Lappenkanonen, ne? Ich glaub, die müssen gesperrt werden. Von wem? Du fährst dem Grund scheiße, weil du einfach nicht von dir wegkommst. Ja, einfach dein Zug beendet. Boah, ich dachte schon, das aktiviert sich jetzt nicht, ey. Das ist klar, du Arsch. Ja, ist klar. Was ist das? Das ist die Oma? Oh, Mann. Schreib doch. Oh, ja. Nein, nein. Boots und weg bist du. Aber du stirbst doch, oder? Du stirbst doch. Du stirbst doch. Oder damaged dich, aber noch keine 100 Schaden, oder? Oh, je. Was? Was ist das? Meine Oma? Ich dachte schon, die Kiste rollt schon wieder. Wie komme ich denn jetzt eigentlich mit dem... Hm, das ist natürlich interessant. Was haben wir denn noch im Repertoire hier? Repertoire. Also, wenn das funktioniert, wäre das schon verdammt lustig. Was denn? Willst du uns beide in den Boden bohren? Lola! Nein, 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 das hört auf. Ey, du Troll. Ich wollte dich mit runter bohren. Toll. Oh, nein. Jetzt habe ich das Zug verschwendet, Mann. Die Kiste fällt runter. Allerdings, ich habe ja nicht so fertig gemacht, als dass könnte ich den Sieg gekostet haben. Das ist mir still, Merk. Oh, die Miene fällt da runter. Oh. Oh. Die Ratte da im Hintergrund. Was hast du vor? Habe ich noch einen Fallschirm? Nein. Ja. Ich habe mit einem scheiß Fallschirm da runter eine Nein. Habe ich nicht. Mehr. Oh, man. Das ist wirklich das, was du willst. Ich weiß nicht, wer da fliegt. Ach, du. 700 Meter in der Lüfte, Alter. Heftig. Alter, ist es klar. Der fliegt hier hoch. Alter, der ist über die Decke wieder drüber. Das ist ja wohl dezent. Ich habe einen Erfolg mit der Riesse-Match. Wie soll ich denn da hochkommen wieder? Okay, eine neue Waffe auf der Kiste. Wer bist du jetzt? Was will ich denn mit dem Typen? Was soll ich jetzt machen? Außer einen sammeln. Ja, sammeln mal einen. Du kannst dich mal... Achso, ja, Seil. Du verkackst es, Alter. So. Und, was war das? Eine Benzinbombe. Benzinbombe? Hm, hm. Was ist das? Benzinbombe. Was ist eine Benzinbombe? Hm, das ist natürlich interessant jetzt. Was denn? Was ist das? Das sieht ziemlich gut aus. Ach, das ist die Bohrbombe. Was? Das war es? Die bohrt sich ja... Hat er davon abfeuert? Nee, die bohrt sich ja eigentlich in den Boden rein. Du kannst dann Würmer erwischen, die im Boden sind. Oh, voll. Hat sich ja super in den Boden reingebohrt. Nee, wenn du sofort einen erwischst, dann ist es Ende. Das hat sich mal so reingemacht, dass dann einfach nur... Einfach das abgeschissen ist, ey. Ja, toll, Affe. Oh, yeah. Ninja-Seil. Ninja-Seil. Toller Ninja-Seil. Mit den Noten kann ich nur... Du-du-du-du-du-du-du. Ra-pa-da-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ja, dein... Get owned. Ich hoffe, dass... Ja, 14 hat er auch noch abgekriegt, ey. Geil. Was? Der hat auch noch 14 Schaden abgekriegt. Good work. Ideal ist klar, man. Zwei Würmchen, abge-reckt. Ich hoffe, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das Ding steuere. Ich habe keinen Kaffee mehr. Oh. theoretisch gesehen theoretisch wüsstest du ja ich wüsste gerne über das ding steuerten und das ist jetzt zu benutzen jetzt super schärf muss ich entscheiden entscheiden sie sich jetzt habe ich verloren da kommt nicht mal noch was das für eine bombe dafür kannst du sie frei steuern dafür kannst du sie frei steuern der bin ich will jemand diese küste und der bin ich das ist immer noch nicht was das ufo sein soll das ist das bocky b was ist denn bocky b das ist doch was soll ich jetzt machen entscheide dich was sollen wir jetzt tun was soll jetzt klar bleibt das eigentlich bei dir auch stehen wenn es lädt ja das ist gut ich dachte nur ich verpasse dann was irgendwie was machst du jetzt mit dem für was ist der helm ach so gesundheit sammelt ihr auf praktik das ist besser so was hast du jetzt vor was du tun oh ja vielleicht mit dieser waffe ey oh man ich hab angst so jetzt zeig mal was du kannst ey oh ja das funktioniert bestimmt ich hab so viele runden verschwendet mit waffen die ich nicht so gut kontrollieren konnte die gs ist schon wieder im wasser verschwunden ey oh shit jetzt gehts los ey was hast du vor muss doch das sein oh ja gut bist du tot oder nicht eigentlich voll klar der ist nicht mal tot ey also dieses krokodil schläft da siehst du das ja ja man ist doch die ganze zeit da es ist zeit sich zu rächen würde ich sagen ja dann los zoom 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 jetzt kommt der ninja klar ey komm zeig mir was du kannst oh 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 stark stark sieh ist ja so okay los ja mhm mhm ich wollt grad sagen hast du das immer noch nicht rausgefunden ey kommst du da jetzt ran oben kommst du da jetzt ran oben oh ach f*** ich ja los ja genau werf sie da hin wirklich wirklich ich glaub das bringt dich jetzt selbst um ja oh man oh man nein nein boah nein ey hallo hallo da bist du ey voila da hab ich ihn gezaubert ja und du hast du hast deinen anderen umgebracht man oh man ey jetzt bin ich voll im nachteil get back ja was hast du bekommen gesundheit und niaseil verdammt das ich ja twice eh ja toll ich sag ich pro Queen ıyoruz Ja, ist halt Damage. Mehr nicht. Gordon ist auch noch da. Gordon gegen Marvin auf dieser Seite. Schon wieder HP. Du bist mit dem dran. Geil. Jetzt hast du natürlich wieder verkackt. Bist du da unten in deiner Höhle. Das könnte funktionieren. Luftangriff. Oh mein Gott. Das könnte tatsächlich... Wasser Marsch. Wasser? Das ist gar nicht mal so dumm, ey. Du bist mein Mann. Wie heißt du noch mal? Ich musste erst mal deinen Namen rausfinden jetzt. Coach. Coach ist mein Junge. Das ist mein Junge. Das ist so unfair auf so einer Spitze, der hat dieser Ninja da hängen, ey. So, wie bring ich dich jetzt um? Wie bring ich dich jetzt um, ey? Vielleicht kann ich den da unten kriegen, wenn ich den Maulwurf einsetze. Ja, da müsst ihr mir überlegen, ne? So, üüüüü. Oh Mann. Oh Mann. Was? Warum explodiert er denn da? Oh Mann, ey. Das darf nicht wahr sein, ey. Scheiße. Okay, was? Wie sieht's aus, ey? Dieser blöde Maulwurf, ey. Dieser blöde Maulwurf, ey. Okay. In der Theorie... In der ganz groben Theorie... In der ganz groben Theorie... Was würdest du da eigentlich... Da fliegen? Aber erstmal muss ich mich hier dran gerabben. Ja, dann mal los. Oh yeah, stark. Tun wir mal ran hier, was der Klo hier treibt, ey. Oh, und jetzt? Okay. Meinst du, du kommst da rüber? Ja, what? Okay, und jetzt? Oh, oh, oh. Stark, stark. Du kannst einfach... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Oh. Oh mein Gott. Ey, soll... Leute, jetzt sind wir alle hier. Leute, wie bist du denn da runter geflogen? Ja, mit dir durch mein Loch, was mein Maulwurf gegraben hat. Oh mein Gott. Der eine hat sich umgebracht. Einer. Der eine ist gestorben. Mann, Alter. Ja. Du bist gestorben, Alter. Ist klar, das ist ja voll unfair. Oh, hallo. Gut, dass ich hinter dir stehe, wenn du dich hinter mich kannst, ey. Ja, das habe ich mir wirklich auch gerade so. Oh Mann, hast du echt da eine heilige Bombe? Ja. Hast du nicht schon in zwei geworfen? Was mache ich jetzt, ey? Du mal extra, jetzt kalkulierst du, oder was? Das hat weh. Hm, aber es hat nicht gereicht. Ich hab jetzt nur vom Schaden gestorben, oder? Was? Ach, ne. Zehn Schaden. Ne, 72. Zehn Schaden. Perfekt. Ich kenn jemanden, ne? Oh. Der ist ordentlich, äh... Hast du einen Basie? Ne, ne? Nein. Wolltest du an dem Krabbstein hängen? Ne, ich glaub, die blockieren nicht. Die sind so im Hintergrund. Ja. Ja. Hast du das Kami-Hami, ha? Okay. Puh! Was? Ja, geil, Alter! Oh mein Gott. Ich dachte, der macht einfach so... Oh Mann, ey. Das ist unfair. Ich denke... Was machst du mit dem? Was mach ich mit dem? Das ist eine echte Frage. Oh Mann, ist das unfair, ey. Hä? Oh. 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 Ey. Das sieht so besteuert aus, ey. Wieso bleibt das da hängen? Oh. 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 Was hast du vor? Tschüss. Oh Mann, du sprichst deine eigene Kameraden in die Luft. 3, 2, 1. Klatsch. Oh. Oh, yeah. Flup, flup. Hahaha. Bist du ein Assi, ey. Ja, was soll ich machen? Mir bleibt keine andere Wahl. So, was tut ihr jetzt da, hä? Ja, das ist gut. Hast du einen Stupser? Das reicht, glaube ich, nicht. Boah, ein Kameraden. Ja. Okay, diesmal aber. Ja! Komm schon! Ja! Ja, damit habe ich gewonnen, Alter! Ich bringe uns beide um. Komm! Oder muss ich nicht mal? Ich bring dich um. Das ist so unfair! Komm, ich habe doch deinen Kopf berührt! Oh, das ist klar, Mann. Das ist so unfair! Yeah! Tschüss! Tschüss! Good night, boy! Was machst du denn da? Muss ich nah ran zoomen, nah ran zoomen. Zack! Was hast du vor? Oh Mann! Ich glaube nicht, dass das gut enden wird. Wow, die Kiste ist auch explodiert! Wir sind beide dran! Alter, ich ziehe mich so... Wäre ich da oben stehen geblieben, wäre mir nichts passiert, Alter! Ja! Ohne Witz, ne? Das Kamehameha war sowas von an deinem Kopf und das geht dann von dir vorbei! Alter, das ist einfach Triumph für mich, Leute! 2-1 steht es jetzt! Geile Sache! Alles klar! Voll verdient! So huu! Was denn, Alter! Als ob du das letzte Mal verdient hattest mit deinen heiligen Waffen, ey! Ich werde verrückt! Das war so verdient, Alter! So, Leute! Ich hoffe, es hat euch auch Spaß bereitet! Genauso wie uns! Wenn euch das ganze gefallen hat, dieses ganze... Gebt dem ganzen Kram einen Daumen nach oben! Ähm, ja! Ich freue mich auf eure Kommentare, was ihr zu dem ganzen Kram sagt! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Ich denke, das nächste wird hier noch eine Runde Worms sein! Ich denke, wir probieren jetzt die ganzen Modis erstmal aus! Äh, ja! Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir drauf, weil wir, ja! Hypen dieses Spiel gerade! Es macht unglaublich viel Spaß! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Hau rein! Ein Tschüss von uns! Necler? Ja, gut! Ja! 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 Du bist ein Ball! Ja! 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 Na, ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017